Das ist Tom. Tom ist Instandhalter. Er ist gerade dabei, eine Maschine zu reparieren und sucht ein dringend benötigtes Ersatzteil. In seinem eigenen System kann er aufgrund der komplizierten Suche nicht das Teil finden, das er benötigt. Zum Glück hat er seit dieser Woche einen Zugang zur digitalen Ersatzteilwelt von SpareTech, in der er in wenigen Sekunden das gewünschte Ersatzteil finden kann. Ganz einfach nach technischen Merkmalen, Artikelnummern, Typenbezeichnungen oder Herstellernamen suchen und in wenigen Sekunden das richtige Teil identifizieren. SpareTech ist wie die Google-Suche im eigenen Materialstamm. Auf diese Weise werden nicht nur Suchzeiten verringert, sondern auch doppelte Mehrausgaben vermieden. Bereits am ersten Tag konnte Tom mithilfe der SpareTech-App über 800 Euro einsparen. Kontaktiere uns jetzt, um mehr zu erfahren und deinen kostenlosen Zugang zu erhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klack